so ein wunderschönen wünschen wir beide euch zurück von uns aus hier ich sitze gerade am schnitt und ich hatte ja also wir haben jetzt 4 uhr 22 der donnerstag ist gelaufen ich schneide jetzt dieses video gerade ja und ich hoffe dass euch so der einblick wir nehmen euch einfach ein bisschen mit hinter die bühnen wir verschwatschen mit verschiedenen bands und ja wie der tag einfach so war ich hoffe es gefällt euch jetzt kommt das intro mit ein paar eindrücken und viel spaß macht mein leben schön alle machen sachen ja es funktioniert sogar ja alle machen was einmal irgendwo spielen ist funktioniert echt hier ja jetzt ja und die leute sind und man sieht überall menschen die man irgendwo aber jetzt muss noch mal sagen ja wie sieht's denn kamera jetzt sogar augen siehst du das schloss grabenfest geil 12 uhr ist geil ich bin ein bisschen aufgeregt so langsam weil wir sind ja auch die ersten die jetzt um 12 dran sind ja das ist natürlich der tag ist jung der tag ist jung und die ersten kommen schon aber man weiß noch nicht wie voll es dann wird aber wir freuen uns mega und werden einfach richtig feiern das ist echt so libell wird so oft in meinen videos als hintergrundmusik benutzt deswegen checkst du in der beschreibung aus und ihr checkt jetzt und wir schauen dann einfach ein bisschen den gig rein sehr gerne viel spaß ich bleibe bis du fliegst bleibe bis du fliegst ich bleibe bis du fliegst sag doch mal was zu dieser vor ex was soll man zu denen sagen zirkus truppe schon gut oder zirkus truppe coole zirkus truppe kommen lassen wir losgehen und gucken ob wir jemanden finden von diesen ex exen aber das ex ist eigentlich gar nicht im name drin ex ist stumm hat man mir gesagt ja also vorher vorher heißt die band ja wir gucken mal wo die jetzt sind und dann soll mal sagen sag ich doch zirkus truppe ja ja das ist echt so alle jonglieren und so hallo ja seid ihr heiß habt ihr bock wie sieht es aus ja alles gut wir trinken uns warm und dann geht es da mal raus ja also sind alle dabei alle im saft alle im Lohn glaube ich hoffe ich also ich schon fieber ja das ist geil gibt es irgendwas neues steht irgendwas an demnächst bei euch großartig ähm ja wir spielen äh jetzt im juni ganz ganz viele Shows komplett deutschland irgendwie nächste Woche sind wir Hamburg Bremen äh rock und pop am tätchen sind wir dieses jahr Co-Hightliner mit Buschfeier dann check unsere Beschreibung auf jeden Fall vor extra auf jeden Fall und wir schauen jetzt an das so eine Show schön jawoll 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 die hoffnung stirbt zuletzt dass Lou Bega jetzt doch nicht mehr da ist aber ich glaube er ist doch noch da die girls sind auf jeden Fall auch noch dahinten meinst ihr Lou Bega ist noch da? Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Hallo Ladies and Gentlemen, wir sind hier am Schlossgrabenfest 2018. Wie ihr seht, schon vor dem Auftritt, die Stimmung wird besser und besser. Viele gelbe Hüte. Das heißt, es wird eine dieser wundervollen Sommerabende. Wunderbare Stimmung, warme Luft. Ich liebe es. Ich liebe die Open-Air-Saison. Sie ist einfach immer wieder genial. Man kommt den Leuten sehr nahe. Wir werden eine Menge Spaß haben und seid dabei. Are we live? Yeah. Are we live? Hey there! Party People from Darmstadt. We are the Hermes House Band. Wir freuen uns. Wir freuen uns sehr auf das Auftritt. Das ist ganz voll. Sieht schön aus. Nur Party People. Schöne Werte in Darmstadt. Danke, danke, dass Sie uns eingeladen haben für Ihre Schlossgrabenfest 2018. Hope es sehr froh. We're gonna make a night you won't forget. Trüge vor mein Deutsch. Nicht so kurz. Tschüss, viel Spaß! Hey, wir sind jeden Tag Silvester. Wir hatten ein mega, mega, mega geiles Konzert gehabt auf dem Schlossgrabenfest in Darmstadt. Jeder Kilometer hat sich gelohnt, oder? Jeder Kilometer. Wir sind durchgekämpft, durchgespitzt. Die Leute haben Party gemacht. Es war großartig. Vielen Dank. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Wir befreien die ganze Stadt. Wir kommen auf Epoch und Öpperträgen. Eint euch die dunklen Nacht. Und das Blitz und Donut weiter. Bis ein neuer Tag anfang. Wir haben jetzt noch ein Date, wir sind jetzt auf dem Weg zum Loop 5 Stand, wundervoll, denn Clint Stewart, sorry, ich habe den Namen, es ist echt spät inzwischen, ihr merkt auch schon, ist jetzt alles schon rum, aber wir haben auch ein bisschen was von seiner Show schon gefilmt, ne? Ja, genau. Das heißt, wir treffen uns jetzt noch mit ihm, damit wir noch mal ein O-Ton von ihm kriegen und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach direkt zu ihm, ja, würde ich auch sagen, und los. Hey, was ist es? Ich bin Clint Stewart und ich habe gerade die Antigua-Club-Area in Schloss-Grabben-Fest in Darmstadt und es war wirklich gut und ich habe letztes Jahr gespielt und ich habe das gesagt, das ist das gleiche, so if you're around, you should come, Darmstadt, Schloss-Grabben-Fest. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Das ist Sandy Zott. Das. Schön euch kennenzulernen. Ich bin Joe Filmt. Ich glaube, ich sehe mindestens genauso schlimm aus. Wir sitzen jetzt in der Lobby vom Welcome Hotel und wir hoffen einfach nur, dass das erste Video jetzt von diesem ersten Donnerstag euch gefallen hat und wir euch ein bisschen über das festgeleiten können, aber ey, wir haben 1 Uhr nachts und wir schwitzen immer noch. Es werden jetzt noch die letzten Klänge gespielt. Letzten-K-K-Kletzten-Länge? Checkt auf jeden Fall Instagram aus, YouTube, Facebook, Twitter und ich würde sagen, wir sehen uns morgen in einem neuen Video. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wer hat das nochmal gesagt? Ich habe Helmler-Schleber. Wenn ihr es wisst, schreibt in die Kommentare, es ist auf jeden Fall saugeil, dass ihr so aktiv heute wart, da wart. Genial. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auf eure Kommentare und wir sehen uns. Und wir freuen uns auf morgen. Bis morgen. Ciao. Schlaf gut.